Herzlich Willkommen zum Zweikampf Sofa und Neverwinter. Wir sind beim Event Geflügel gemetzelt und wir sind Hühner und suchen uns jetzt eins aus, indem wir einfach über dieses Huhn rüber gehen und suchen uns halt das Feuerhuhn oder das Heilerhuhn oder das Unsichtbarkeitshuhn aus und jetzt geht's los. Capture the flag. Capture the flag. Kann ich springen? Ja, klar kannst du springen. Das ist alles wie normal. Du hast zwei Fähigkeiten. Hab ich hier? Ich kann euch heilen. Das haben wir erledigt. Wir dominieren. Wir sind sowas von dominant. Jetzt gehen wir voll in die Mitte und machen sie platt. Feuer, Feuer, Feuer. Warum stehe ich mich da rein? Warum bin ich gestunnt? Wer hat mich gestunnt? Ich bin gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Ich bin tot. Wie Hilfe? Wiederbeben 10. Nein. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh Gott. Also man pickt die anderen tot oder macht mit seinen Fähigkeiten was. Aber ich kann jetzt noch ein anderes Huhn wählen. Nein, ich bleibe der Heiler. Und wir müssen die anderen davon abhalten, unsere Flagge einzunehmen. Tut es nicht. Ihr seid böse. Alter, ich fackel hier lustig ab. Das glaubst du nicht. Geh nur ein bisschen ins Feuer. Die haben alle nur Feuerhühner. Die fackeln alles ab. Die ganze Gegend da. Alter. Das kann ich auch. Ein Feuerhuhn. Ich mach euch platt. Ich geh sofort drauf. Feuer ist böse. Feuer ist böse. Feuer ist böse. Das ist ja witzig. Er ist schon wieder tot. Die haben Geh weg. Warum bin ich gestunnt? Ich will nicht gestunnt sein. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin tot. Ja, ja. Ich sterbe so voll. Alter. Guck dir das mal an. Die haben 236 und wir haben 45. Das war Zufall. Du, wir können ja auch mal durchrennen. Wir können ja zu denen rennen. Einfach zu denen. Ja, genau. Wir nehmen einfach deren. Das ist eine coole Idee. Wir nehmen jetzt deren Sache ein hier. Dann können wir ja nichts. Komm einfach. Ey, spring dich. Die können auch die Mitte machen, aber. Hehehe. Das hat unser Kollege ja auch schon so gesehen. Ja, dann machen wir euch nämlich platt hier. Wir nehmen euch die Punkte wieder weg. So, das habt ihr jetzt davon. Haaa. 300 Punkte. Hehehe. Huhu. So, weiter zum nächsten. Der ist da hinten. Wir gackern euch jetzt hier platt, sage ich dir. Ja. Wir, wir, wir huhnen uns. Wir sind die Ober-Gacker-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Oh, das war noch ein anderer, oder? Nö. Der ist gerade weg. Die sind gerade weg. Ah, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Nee, doch nicht. Okay. Doch, da ist er. Ey, wieso kacke ich ihn mal ab? Ja, ich bin auch schon wieder tot. Die haben es irgendwie besser drauf mit den Fähigkeiten zu kämpfen. Also, die sind bessere Hühner als wir. Ja, lol, no damage. Ja, irgendwie können die anderen das deutlich besser als wir. Das ist so. Merkwürdig. Gibt irgendwo, gibt es wohl einen Huhn da-Foot oder so, oder den der Ring des tödlichen Huhns oder so. Na los. 1, 2, 1, los geht's. Muss ich, wenn ich hier stehe, muss noch einer von euch kommen? Achso, nee, habe ich erobert. Ah ja, okay. Aha. Jetzt habe ich gerade wieder einen Feuersamen abgekriegt. Ich will mal wegspringen wie ein Weitläufer. Das geht natürlich nicht. Nee, nicht so wirklich. Nee, nicht wirklich, nee. Wie ist der Turmbäck? Nee, ist es nicht. Okay. Tschüss. Alter, der, 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 der nimmt null Schaden und macht mich einfach auch platt. Das ist so geil. Das ist so geil. Ich kann es nicht anders sagen als geil. Äh, die nehmen auch wirklich keinen Schaden, die Jungs, ne? Nee, null. Also, 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 unbesiegbar. Du kannst da, du kannst mit Feuersamen draufballern, kannst ihn hacken, kannst ihn beißen, es kümmert da niemanden. Beißen? Beißen brauchst du Zähne. Na, er verfolgt mich. Ha, 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 ha. Glückener Bräuler. Hm. So. Äh. Muss ich dir nicht. Ja, ich beiß ihn, es kümmert null. Der nimmt null Schaden. Null. Null, null, null. Gar nichts. Muss das das Tutorial nochmal spielen? Nein. Nein. Einfach draufhacken. Aber der, die sind unkaputtbar. Gibt's einen geilen Bug, den wir nicht kennen? Dass du unkaputtbar bist? Okay, naja. Witzig. Das ist ja geil, ey. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Also das hab ich wirklich noch nie gesehen, weil die nehmen wirklich null Schaden. Hm. Das ist schon etwas ungewöhnlich, sag ich mal so. Na, die machen die, die machen dieses Feuer dahin und dann, äh, stehen sich halt mitten da rein. Ja, aber selbst wenn ich sie denn picke, müssten sie ja irgendwie, irgendwann irgendwas mal, merken. Also da passiert nämlich gar nichts. Das ist ja der Gag. Also wirklich null. Nicht mal ein Zuppelchen. Zuppelchen. Hallo Snorx. Ja, da kommen sie wieder. Ich hau ab. Ich hab noch Wünschen von Zitrone. Keine Ahnung. Also sagen wir's mal so, die sind deutlich bessere Hühner als wir. Alter Schwede. Tod. Natürlich. Du wurdest von Fenella getötet. Ja. Das merk ich mir. Wenn ich die wieder sehe, du. Die rauschen immer nur auf so einem Team hier rum. Das ist ja... Ja, ja. Das haben sie auch noch gut drauf, aber... Also ich bin den Pyromanen-Piep-Piep-Matz, ne? Der, was ist der andere? Heilkundig? Ist ja auch Quatsch. Naja, ich hab eben versucht, euch zu heilen, aber das dauert auch ewig halt, bis der wieder heilt. Ja, und hier ist einer, der schieß nur nur rum. Der schieß nur rum. Das ist nicht doof. Ja, wir sind sowieso schon einer weniger, weil es immer Leute gibt, die... Hey, wir spielen die Wände, in dem ich rumschwehe. Das ist... Die Leute gibt es leider auch immer. Ja, also schaden nehmen die nicht. Naja, egal, was du machst. Also... Sieht man das vielleicht nicht, dass die irgendwie... Doch, also ich hab das schon gespielt und da hast du deutlich gesehen, dass die Hells verloren haben. Also egal, was du gemacht hast. Ja, witzig. Kills null. Also... Sehr merkwürdig. Merkwürdig, ja. Das kann man auch so sagen, ja. Aber es gab 300 Rohastrallen. Richtig! Herzlichen Glückwunsch! Ja, merkwürdiger Event. Es ist natürlich mal was anderes. Ich finde, aber ein bisschen artifremd natürlich zum Rollenspiel oder zum MMO. Aber es ist ein Spaß-Event. Bei anderen Events spielst du Volleyball und das ist noch schlechter gemacht. Das war richtig schlecht, ja, okay. So, das war's auch schon. Geflügel, gemetzel. Guckt es euch selber an, tut es euch selber an, werdet ein Huhn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.